So, Leute, willkommen zurück. Ich hab ein bisschen gefarmt, wie man sieht. Ich habe jetzt 31 Millionen, was auch sehr schön ist. Und, ähm, ja, es ruckelt trotzdem. Ich weiß nicht, wieso. Ey. Oh, Gott. Kurz mal. Einstellungen. Option. Ich hab doch schon alles aus. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wieso das jetzt die ganze Zeit ruckelt. Also, tut mir leid, aber... Ich hab echt keine Ahnung. So. Ich lauf einfach weiter. So. Hm. Ach, okay, ich muss die platt machen. Soll ich denn das machen? Die teleportieren sich immer weg. Spasten. Ach so, und, ähm... Guckt euch das mal an. Ich hab alles gekauft. Alles. Ja. Wollte ich nur mal so erwähnen. So. Ey, was? Jetzt auf einmal. Ich soll also Einzelsch... Okay. Einzelschuss geht. Ist klar. Ah. Das ist mir auch egal jetzt. Ähm. Ich werd mal hier ein bisschen... Oh, ja. Dreck. 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 Mein Gott. Hallo. Scheiße. Ey. Könnt ihr mal aufhören? Könnt... 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 Könnt ihr... Könnt ihr... Hallo. Jetzt komm ich nicht mehr raus, ey. Fickt euch. Alles stirbt. Danke. Und ich bin recht gut. Das ist noch schöner. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Wo ist der Heilungskristall? Da. Danke. So. Ach, ja. Ich habe diese Level... Ähm. Noch nicht vorgespielt. Ich habe, wie gesagt, nur gefarmt. Und, ähm. Ja. Es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ähm... ein Upgrade, dass meine Schüsse tausendmal stärker sind. Ähm. Die prallen überall auch fast ab. Die sind präzise vor allen Dingen. Ähm. Ich komme wieder ran. Ähm. So. 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 Und... So. Gut. Und hier rauf. Fuck Okay Kann ich hier raufspringen? Natürlich nicht Wieso auch? Ja logisch Ähm Ich muss klettern lernen Äh Verdammt Ich will dieses Upgrade haben Das ist gut, glaube ich Habe ich noch in Erinnerung, glaube ich Wieso sage ich immer glaube ich? Nein Ach man, Ayumi Spring doch mal richtig Ich nehme schon seit 4 Minuten auf Wieso lange soll es denn gehen? Ich habe keinen Bock auf 1000 Stunden hier Nur wegen einer Art Fakt Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Was ist das? Was zum Hinkern? Ähm Okay Muss ich jetzt nicht verstehen Ach egal Ist mir doch egal Das brauche ich nicht Gut Oh Oh Ja Geld Geld ist gut Geld ist mal gut Ähm Seelen sind aber gut Entschuldigung Kein Geld Ähm Seelen Seelen So Die zwei Türme Einer hat uns das an etwas Ja Mich schon Die Säulen Die Säulenhalle Hm Okay Keine Ahnung Was hier abgeht Ach so Mhm Mhm Schön Schön Stirb Dricks Viecher Stirb Verdammt normal Verdammte Axt Oh Komm Ey Hallo Ja Na klar Jetzt spawnen hier noch Monster Genau Das mag ich ja Oh Naja Egal ich hab Wanderblitz Wanderblitz ist geil Mein Lieblingskill Was hab ich überhaupt so lange gewartet Um zu Na egal Ach Ich dachte glaube ich Dass ich nicht So viel Leben mehr denn habe Ähm So viele Seelen mehr habe Aber jetzt hab ich doch so viele Schön 45.000 Auch Äh 47 Millionen Auch wenn ein paar Leute Ähm Über 100 Millionen haben Ist mir scheißegal Ich hab meine 47 Millionen Und Ich bin glücklich So Stirb Stirb Danke Gut Ach Ah doch Der hat getroffen Ist gut Ah Gott Ich kann nichts sagen Ich kann nichts sagen Zu diesem Das hier jetzt Gerade Ist langweilig Ja Okay Das kann ich sagen Das ist langweilig Aber wie gesagt Das ist immer dasselbe Ich freu mich auf meine nächsten beiden Projekte Hehehe Secret of Mana muss ich auch noch hochladen Das mach ich denn allen einen Tag mal die 20 Teile Ich werde die auch nicht wirklich nennen Weil die sowieso keiner guckt Von daher Ähm Ähm Ja Ist auch ein bisschen dumm geworden Ich konnte es ja nicht mit Fraps aufnehmen die ganze Zeit Weil das wären doch schon ein paar viele Teile geworden mit Fraps Und ähm Meine Festplatte wäre dann ziemlich voll gewesen Ja Na egal So Ach ich bin so ruhig heute Hm Wieso Keine Ahnung Ist mir auch egal Ähm Naja Man darf auch mal ruhig sein Ja Nichts zu sagen hat Einfach mal die Fresse halten Ne Naja Langweilig Oh komm Ist doch jetzt schon vorbei Schon lange Boah wie lange denn nur noch Was zum Teufel Was geht ab Oh Acht Minuten hab ich grad mal aufgenommen Ist gut Okay eigentlich nicht Weil Ist nicht gut Lange auf zu nehmen Ist nie gut Ähm Oh ich brauch Oh Fickt euch doch 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 So Benze Benze Nochmal Benze Es ist jetzt viel zu klein Ich kann hier nicht drum laufen Jetzt kommen mal die Äh Lichtmagie zum Einsatz ey So Magie ist hier gut. Und das Vieh und ich komm hier nicht mehr raus. Danke. Und seht ihr, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Bug. Das war ein Bug. Der stand ein bisschen weiter oben jetzt. Obwohl er das gar nicht darf. Finde ich sehr toll. Stirb. Denn. Stirb. So. Ähm. Schaff ich den noch? Ich weiß gar nicht. Schaff ich den jetzt noch? Ich kann es versuchen. Wenn nicht, dann haue ich mich. Selber. So. Weil ich dann dieses Video hier länger mache, als es sein könnte. So. Oh, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ähm. Ähm. Komm, komm, komm. Noch einmal. Ja, danke. Einmal. Zweimal. Und. Och, kommt. Komm, kommt. Ey, seid doch dumm. Okay, ähm. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.